Du willst ein eigenes E-Learning auf Speed? Gratulation darüber überhaupt nachzudenken, denn bislang war es ja sehr kompliziert, so ein E-Learning-Produkt überhaupt zu planen. Welche Videoinhalte sollen rein? Welche Arbeitsblätter? Welche Lernfortschrittskontrollelemente sollen rein? Wie sieht die Landeseite aus? Wie sieht der Call to Action aus? Und wie funktioniert es eigentlich, so ein E-Learning dann zu vermarkten? All das ist jetzt gelöst mit diesem E-Learning auf Speed. Ein Tag Aufzeichnungen mit mir und dein E-Learning steht. Den Rest machen wir. Du willst mehr erfahren darüber? Dann lies das Angebot, dort findest du die Details und dann freue ich mich auf unser Gespräch.